In der hektischen Welt neigen wir dazu, den Beginn eines neuen Tages als bloße Routine zu betrachten, ohne uns bewusst Zeit für uns selbst zu nehmen. Doch ein bewusster und entspannter Start in den Morgen kann einen enormen Einfluss auf unseren gesamten Tag haben. Lass uns gemeinsam entspannt den Morgen begrüßen und die Quelle der morgendlichen Kraft in einem meditativen Moment genießen. Nimm Dir also jetzt noch einen Moment Zeit, finde eine bequeme Position im Sitzen oder Liegen und dann schließ auch gerne nochmal Deine Augen. Atme ein paar Mal tief ein und aus und spüre, wie sich Dein Körper und Geist entspannen und zur Ruhe kommen. Spüre, wie Du beim Einatmen frische Energie aufnimmst und beim Ausatmen alles Belastende loslässt. Und dann atme langsam und bewusst weiter. Fühle in Dein Körper, wie Du immer mehr und mehr zur Ruhe kommst. Gedanken und Herausforderungen dürfen einfach in diesem Moment weiterziehen. Lass alle Anforderungen los. 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Visualisiere nun eine leuchtende goldene Energie, die von oben herabkommt und Dich umgibt. Diese Energie ist voller Kraft und Vitalität. Stell sie Dir vor wie ein warmer Sonnenstrahl, der Dich durchdringt und Dich von innen heraus mit dieser neuen Energie erfüllt. Fühle, wie diese Energie Deine Zellen nährt und jede Faser Deines Seins belebt. Lass sie durch Deinen Körper fließen und spüre, wie sich Deine Muskeln entspannen und Dein Geist zur Ruhe kommt. Einfach wahrnehmen, zulassen, einfach sein. Richte Deine Aufmerksamkeit nun auf die Mitte Deines Körpers. Auf den Bereich um Deinen Bauchnabel herum. Stell Dir vor, dass sich dort ein leuchtender Energiepunkt bildet, der immer heller und kraftvoller wird. Mit jedem Atemzug wird dieser Energiepunkt größer und größer. Immer heller und heller. Liebevoll annehmen, Energien fließen lassen. Schöne der Gute. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gute des ZDF, 2020 Diese Energie ist immer da, immer in dir, jederzeit abrufbar. Du hast immer Zugang zu dieser Kraftquelle, um dich zu stärken und Energie zu tanken. Vertraue darauf, entspannt und dankbar. Nimm wahr, wie sich die Energie von der Mitte aus in deinem ganzen Körper ausbreitet. In deine Arme, deine Beine, dein Rücken, dein Hals, dein Kopf. Jeder Teil deines Körpers wird von dieser kraftvollen Energie durchströmt und gestärkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Genieße einen Moment dieses Gefühl von Kraft und Vitalität. Fühle, wie du mit dieser Energie verbunden bist und wie sie dich unterstützt. Jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf deine Absichten und Ziele. Stell dir vor, wie du mit dieser frischen Energie den Tag meisterst. Visualisiere, wie du deine Ziele erreichst und Hindernisse überwinden wirst. Spüre, wie sich Selbstvertrauen und Entschlossenheit in dir ausbreiten. Spüre, wie sich selbstvertrauen und Entschlossenheit in dir ausbinden. Nimm dir nun noch einen Moment Zeit, um kurz zu verweilen und diese kraftvolle Energie in dich aufzunehmen. Lasse sie sich in jeder Zelle deines Körpers verankern und verbinde dich mit ihr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du bereit bist, dann öffne langsam deine Augen und spüre die Kraft und Energie, die du geschifft hast. Trage sie mit dir in den Tag und erinnere dich daran, dass du immer Zugang zu dieser Quelle der Kraft hast, um dich zu stärken und Energie zu tanken, wann immer du es brauchst. Ich wünsche dir einen kraftvollen, energiereichen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020